Ich fahre ja viel Bahn und höre eigentlich in jedem Zug, sofern er überhaupt ankommt, eine Durchsage wie diese hier. Ich sag dann Dankeschön für die Reisen mit der Bahn, muss mich bei dir entstanden, und dann nehme ich kein Entschuldiger. Naja, auf jeden Fall lese ich gerade die, übrigens kostenlose, Zeitschrift Luxemburg über Planwirtschaft. Und da steht drin, warum unser beliebtes Wirtschaftssystem, der Kapitalismus, Schuld daran ist, dass meine Züge zu spät kommen, und warum Planwirtschaft, zumindest in dieser Sache, vielleicht besser ist als ihr Ruf. Denn bei der Bahn wurde, mehr oder weniger, jede Form der politischen Planung über Bord geworfen, mit katastrophalen Folgen. Das war nämlich so, Mitte der 90er hatte der Bundestag die großartige Idee, die damals nicht gerade beliebten Staatsunternehmen der Reichsbahn im Osten und der Bundesbahn im Westen zusammenzuschmeißen als Deutsche Bahn und zu privatisieren. Der Bundestag war sich einig, wenn der Markt regelt, dann wird das Schienennetz und der gesamte Bahnverkehr automatisch moderner, effizienter, kundenfreundlicher und natürlich kostengünstiger. Man hat dabei für die Bahn ein wichtiges Ziel gesetzt, die Schaffung eines guten, pünktlichen, bezahlbaren und nachhaltigen Bahnverkehrs. Okay, Scherz, natürlich war nur ein einziges Ziel am Start, nämlich Profitmaximierung. Politische Steuerung wurde durch die unsichtbare Hand des Marktes ersetzt und die Folgen davon sind bis heute zu spüren. Die DB hat jetzt irgendwas zwischen 500 und 600 Tochterunternehmen. Das Schienennetz hat der Privatisierung um 12% geschrumpft, obwohl gleichzeitig doppelt so viele Güter und ungefähr ein Drittel zu viele Leute transportiert werden. Wir haben einen Investitionsstau bei der Bahn von ungefähr 19 Milliarden Euro und wir nähern uns so langsam dem Moment, wo mehr unpünktliche Züge fahren als pünktliche. Wenn man das wieder hinkriegen möchte, braucht man halt endlich mal eine gute Planung. Deshalb wurde auch Anfang des Jahres von der Bahn die InfraGo gegründet. Das klingt ein bisschen wie so ein Shady-Handy-Anbieter oder eine Sportschuhmarke. Aber auf jeden Fall sollen die Bahnstationen samt dem Schienenverkehr wieder dem Gemeinwohl dienen. Und das ist zwar schön und gut gesagt, aber bleibt erstmal so ein Buzzword, Gemeinwohl, weil niemand so genau weiß, wie dieser Shift von totaler Profitmaximierung hin zu diesem Gemeinwohl eben funktionieren soll. Wir können uns hier vielleicht ein Vorbild am kommunistischen Kernland der Schweiz nehmen, wo die Bahn tatsächlich politisch gesetzte Ziele erfüllen muss. Das wäre eine Form von Planwirtschaft, aber eben ohne den Zwang, Gewinne einzufahren. Und oheres Wunder, die Züge kommen trotzdem. Und zwar viel pünktlicher als hierzulande. In diesem Sinne hier noch die Quellen. Und zwar viel pünktlicher als hierzulande.